Hallo und herzlich willkommen bei den Videokassetten-Kindern. In diesem Video möchte ich euch das Mediabuch von Das Omen vorstellen. Dieses wurde am 29.08.2014 von LTV Entertainment mit einer Limitierung von 999 Stück veröffentlicht. Hierbei handelt es sich nebenbei um Cover A, angelehnt an das alte deutsche Kinoplakat-Motiv. Rechts seht ihr im Übrigen Cover B. Dann einmal hier der Buchrücken und die Rückseite. Dort sehen wir einige Szenenbilder, die Inhaltsangabe, die technischen Daten und auch einen Hinweis auf die Limitierung. Als Extras bekommen wir hier einen Audiokommentar, eine isolierte Tonspur mit der Filmmusik, mehrere sehr interessante Featurettes über das Omen, eine Bildergalerie und natürlich auch den Kinotrailer. Hier dann einmal die Blu-ray und da einmal die DVD und dahinter, ja, 666. Dann wollen wir jetzt einmal durch das 16-seitige Booklet mit einem Text von Dr. Markus Tickleger blättern, wo wir neben sehr interessante Infos über den hier vorliegenden Film auch immer wieder Aussagenfotos sehen dürfen. Abgerundet wird das Booklet für mich durch die darin enthaltenen alternativen Filmplakate. Der zwischen 1975 und 1976 produzierte Film Das Omen ist in meinen Augen einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Hinzu kommt eine glaubhafte Cast und ein fantastischer Soundtrack. Seine Kinopremiere hatte der Film in Amerika übrigens am sechsten Tag des sechsten Monats im Jahre 1976. Der Hauptdarsteller Gregory Peck erhielt für sein Mitwirken bei diesem Film nur eine geringe Gage, bekam aber 10% Beteiligung an den Einspielergebnissen, was ihm allein in den USA einen nicht ganz unerheblichen Betrag in die Kassen spülte und so sein finanziell lukratister Film wurde. Gesehen habe ich Das Omen übrigens im Nachprogramm des ZDF Anfang der 80er. Allerdings lief dort nur eine entschärfte Version, sodass fast alle Unfälle nur gekürzt zu sehen waren. Gekürzt war auch der eine Woche später gesendete Damien Das Omen 2. Den dritten Film, Barbaras Baby Omen 3, der 1981 erschienen ist, habe ich dann das erste Mal bei seiner DVD-Veröffentlichung 2001 sehen können, welcher allerdings in meinen Augen nicht mit den beiden Vorgängern mithalten kann. Was Teil 4, das Erwachen betrifft, sollte man diesen ignorieren, da der Film nur ein schlechtes TV-Remake vom Original ist. Da ist das Remake fürs Kino von 2006 schon deutlich besser. Aber auch dieses kommt nur bedingt an den 1976 entstandenen Film heran. Aber kommen wir einmal zur Inhaltsangabe des Elbingen. Am 6. Juni morgens um 6 Uhr wird er geboren. Er wächst heran wie andere Kinder. Unterscheidet sich scheinbar durch nichts von seinen Altersgenossen. Und doch ist dieser Damien Thorne kein Kind wie alle anderen. In seiner Umgebung sterben Menschen unter mysteriösen Umständen. Die Gesetze der Natur scheinen außer Kraft gesetzt. Niemand wird verschont. Selbst Damiens Eltern, Robert und Casey Thorne, müssen die Liebe zu ihrem vermeintlichen Kind mit dem Leben bezahlen. Die dunkle Prophezeiung beginnt sich zu erfüllen. Er wird sein Königreich auf Erden errichten und dem Satan untertan sein. Die Erde wird leer sein und die Menschen werden sich gegenseitig töten. Damien Thorne, das personifizierte Böse, hat sein Werk begonnen. Wer wird sich ihm in den Weg stellen können? Und damit bedanke ich mich für euer Interesse. Lasst gerne ein Abo oder Like da. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao!